Spezialfahrzeuge für Hafenlogistik von Terbergh werden in 90 Ländern weltweit eingesetzt. Insbesondere in Häfen, in der Distribution und in der Schwerindustrie. Spezialfahrzeuge gibt es für Terminal, Roh-Roh und Yard-Zugmaschinen, die immer in Kombination mit Trailern Ladung transportieren. Und das in den Marktsegmenten Hafen, Logistiksektor und Schwerindustrie. Wir unterscheiden uns sehr von anderen in diesem Sektor und sind konstant führend, auch auf dem Gebiet Innovation. Wir setzen Trends und haben ein weltweites Netzwerk aufgebaut. Also hier findet zum einen die Entwicklung und die Montage statt und danach können wir auch weltweit vor Ort über den Verkauf und Service unseren Kunden die passende Unterstützung liefern. Damit haben wir eine sehr starke Marktposition aufgebaut. Für Terbergh Special Vehicles ist die Nähe zu ihren Kunden wichtig. Darum wurde vor acht Jahren ein Stützpunkt im Bereich des Hamburger Hafens eröffnet. Heute schauen wir zum CTA-Terminal in Hamburg im Hafen. Wir hören zur HALA-Gruppe. Was hier besonders ist, hier werden Großcontainerschiffe entladen. Mit einem Terberg werden die Container weggefahren und werden zu einem Binnenschiff verbracht. Was eigentlich die Logistikkette darstellt. Mittlerweile bilden wir eben die Kette ab vom Großcontainerschiff bis zum Endkunden in der Schweiz oder Österreich bis hin ins Geschäft. Thema CO2-Neutralität oder CO2-Verminderung, wo wir mit dem Elektrofahrzeug einen wesentlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Wir haben aber auch Eisenbahn-Rangiertätigkeiten mit der Terberg Zagro. Mit einem Zwei-Wege-Fahrzeug bis knapp 3000 Tonnen können wir Züge rangieren. Der Terminaltraktor ist an sich schon ein hoher CO2-Sparprodukt. Die Maschine an sich benötigt schon im Regelfall 10 Liter weniger Diesel im Vergleich zu einem normalen Straßen-Lkw. Unsere Kunden sparen im Schnitt 11 Millionen Liter Diesel im Jahr nur in Deutschland. Im Fahrzeugbau sind wir in unserem Bereich sicherlich einzigartig. Wir haben ein Baukastenprinzip. Der Kunde kann alle Arten von Antriebsmöglichkeiten auswählen. Das ist einmal Elektrofahrzeug, alle Arten von Gasantrieb, Diesel. Aber eben kann der Kunde auch verschiedene Motoren, Typen und Hersteller wählen. Wir können passend für seinen Anwendungsfall eine Maschine zusammenstellen, für ihn bauen. Und das ist für die Kunden auch extrem wichtig. Für Unternehmer, die sich die Frage stellen, wie sie ihre Güter am effizientesten verladen können, haben wir ein breites Sortiment. Für die Verladung und Lagerung ist Terberg oft der richtige Partner. Bis zum nächsten Mal.